Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra zu einer neuen Folge. Heute geht es mal um das Thema Fettabbauende Lebensmittel, beziehungsweise welche Lebensmittel unterstützen uns bei der Gewichtsabnahme. Wenn Patienten zum Beispiel in der Insulinresistenz erhöhte Blutzuckerwerte im Rahmen des Diabetes haben oder einfach Übergewicht und abnehmen möchten, dann spielt der Insulinspiegel eine wichtige Rolle. Bei der Insulinresistenz ist der ja erhöht, weil der Körper automatisch über die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin herstellt. Und diese Wirkung des Insulins kann man durch die Lebensmittel, also durch eine richtige Lebensmittelauswahl, verändern, also sozusagen verbessern. Das heißt, das Ziel ist, wenn ich Fettabbauende Lebensmittel verwenden will, muss ich den Insulinspiegel senken, beziehungsweise möglichst wenig anheben. Wie kann man das machen? Den Blutzucker selber nicht stark ansteigen zu lassen, hängt im ersten Moment mit den Kohlenhydraten zusammen. Das heißt, nicht nur Kartoffelreis, Nudeln oder auch Brot. Das kennen viele vielleicht schon immer im Zusammenhang der Low-Carb. Bei den Lebensmitteln gebe ich immer den Tipp, ist die Menge entscheidend. Also eine Menge Handvoll Kartoffeln, aber dafür nicht den Teller voll Kartoffeln oder den Teller voll Nudeln oder Bratkartoffeln. Das heißt, wenn man hier eine Handschale voll Kartoffelreis oder Nudeln kombiniert mit zwei Handschalen voll Gemüse und wer mag Fischfleisch, Geflügelei oder eine Eiweißquelle über Quark, Kräuterquark zum Beispiel als Sättigungseffekt, der ist dann natürlich sehr gut unterwegs, weil auch dadurch der Blutzuckerspiegel langsam läuft. Wenn wir Lebensmittel verwenden, wie zum Beispiel Gemüse, kommen wir mal in die Lebensmittel, die den Insulinanstieg nicht forcieren oder wenn überhaupt nur ganz gering, dann ist das Gemüse roh, gekocht, gegart, gedünstet, aus dem Backofen. Das ist alles möglich, wenn das Gemüse allerdings zum Beispiel paniert wäre oder in ein Wrap reingepackt wird. Also wenn Kohlenhydrate dazukommen, dann ist die Kombination, das Kohlenhydrat, das Problem. Es wird häufig diskutiert, der Zucker in Möhren oder bei Mais, die Stärke, das kommt so ein bisschen alles aus der Diabetologie und sind Strukturen von früher, weil man immer dachte, dass der Zucker auch den Blutzucker ansteigen lässt. Das ist aber nicht so und auch die Stärke langfristig nicht, weil wir ja häufig den nicht unbedingt allein essen, sondern mit anderen Gemüsen kombiniert. Oder es sind auch die Ballaststoffe, die nicht dazu führen, dass der Blutzucker bei den Möhren oder auch bei Mais stark ansteigt. Also könnt ihr gerne verwenden. Bei Milchprodukten ist es so, dass man Quark- und Käsesorten verwenden kann. Ideal würde man die Kalorien reduzieren, wenn man natürlich etwas vorsichtiger mit dem Fettanteil ist. Der Quark und Käse enthält nur einen ganz geringen Milchzuckeranteil und in diesem Zusammenhang kann man, um etwas besser Gewicht abzunehmen, als auch die Insulinresistenz zu verbessern, gerne Quark und Käse als Sättigungseffekt mit dazunehmen. Also so ein Kräuterquark und Gemüse ist eine schöne Möglichkeit. Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei sind sozusagen eiweißreiche Lebensmittel. Wer sie gerne verwenden mag, machen die einen schönen Sättigungseffekt. Und wir haben hier eben auch keinen Blutzuckeranstieg, solange die nicht paniert sind. Wenn ihr die natürlich irgendwie paniert und mantelt habt, irgendeinen Teig dazu, dann ist es wieder ein sogenanntes Kohlenhydrat drumherum, was dann den Blutzucker ansteigen lässt. Daher, wenn lieber, die Ware, wie gesagt, ohne Panade verwenden. Dann ist es so, dass Lebensmittel die Kohlenhydrate sehr stark ansteigen lassen. Davon wird leider sehr wenig geredet. Ist sowas wie Reiskräcker, Reiswaffeln, wenn ich zu viel Zwieback zum Beispiel esse, also Getreideprodukte, Salzgebäck. Dann rennen viele zum Bäcker und kaufen sich die Laugenbrezel, die Milchbrötchen, die Laugenstangen. Gut, Kuchenkekse, Süßkram, Salzgebäck zum Beispiel, wie Chips oder Erdnusswürmer. Da ist das auch egal, ob ich jetzt proteinreiche Produkte verwende oder ob ich jetzt hier besondere Erdnussflips aus Gemüse verwende. Am Ende ist es so, dass wir dort immer einen Anteil Kohlenhydrate haben und daher hängt auch immer einen Blutzuckeranstieg. In diesem Fall ist die Menge entscheidend. Wer da gut unterwegs sein will, sollte es natürlich eher weglassen, weil der Insulinanstieg geringer ist, beziehungsweise gar nicht da ist, wenn ich sie nicht esse und damit das Körperfett einfach besser abbauen kann. Bei Obst ist es so, dass es den Blutzucker ansteigen lässt. Hier ist die Menge entscheidend. Das heißt, ein bis zwei Handschalen voll Obst pro Tag wäre möglich. Bei Trockenfrüchten müsst ihr aufpassen, wenn man zwei, drei Pflaumen oder zwei, drei Apfelringe zum Beispiel hat oder eine kleine Handvoll Rosinen, dann sind die getrocknet und enthalten einen sehr hohen Anteil an Zucker, weil ja der Wasseranteil raus ist. Also nochmal zurück, was machen wir? Welche fettabbauenden Lebensmitteln begünstigen den Körperfettabbau? Das ist Gemüse in allen Varianten, allerdings nicht ummantelt, also nicht mit irgendeinem Kohlenhydrat, Teig sozusagen drumherum. Und das wäre Quark und Käse, wer mag. Also wenn man zum Beispiel eine Gemüsepfanne macht, eine Käse überbacken, dann hat man ja auch einen guten Sättigungseffekt. Man kann eher Vollkornbrot wunderbar dazu finden. Also je höher die Ballaststoffe sind, desto mehr Körner drin sind, desto langsamer der Blutzuckeranstieg. Bei Kartoffeln gibt es die Möglichkeit, Pellkartoffeln zu verwenden und dann eher mit mehr Gemüse zu kombinieren. Bei Nudeln al dente kochen. Und bei Reis bleibt uns ja nicht so viel übrig, den Reis richtig zu kochen. Man kann natürlich Vollkornreis oder Vollkornnudeln verwenden, wer mag. Ansonsten ist die Menge von einer Handschale Vollreis die Möglichkeit, den Insulinspiegel da etwas anzupassen. Ich selber habe das alles ausprobiert. Ich finde es total klasse. Und es ist auch so, dass die Insulinspiegel, man merkt es auch selber, dass man dann nicht so müde ist oder nicht so schlapp, nicht so kaputt. Wenn man mehr Kohlenhydrate isst, wirkt sich der Insulinspiegel meist schnell aus, weil der Körper im Mund schon wahrnimmt, dass Kohlenhydrate kommen. Und dann gibt es eben auch immer diese Symptome bei einer Insulinresistenz. Und dass man sich so unwohl fühlt. Das heißt, probiert das einfach aus. Wer Lust hat, schreibt mir einfach gerne. Ich freue mich auf euch zur nächsten Folge. Danke, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch einen schönen Tag, liebe Grüße. Bis dann, eure Sandra. Tschüss.